hallo Test Test funktioniert ja alles hallo kommt dieses Video auf YouTube ich weiß es nicht ich hoffe es funktioniert wenn man dieses Video sieht dann funktioniert mein YouTube noch denn ich hatte heute ein Problem mit YouTube das Prozent irgendwie alles weg war also ja hoffe ich dass ich noch Sachen auf YouTube hochladen kann Prozent ja also Test Test äh ciao